Besinnung, hier damit schliessend, wir haben uns jetzt dem Segen Gottes anvertraut und auch dem Segen Gottes für alle Bergsteiger und genießen Sie diesen Moment jetzt noch. Wir treffen uns ja dann wiederum zur Segnung der Hütte. Er ist ein Däuner, aber hier ist ein Däuner. Das ist ein Däuner. Das ist ein Däuner. Die Däuner sind ein Däuner. Untertitelung des ZDF, 2020